Hallo Freunde, ich wollte euch heute mal ein Thema erzählen, was mich auch schon länger beschäftigt. Und zwar ist das, ich freue mich erstmal darüber, dass es Menschen gibt, die den Kontakt nicht scheuen zu mir als Rollstuhlerin. Jedoch muss ich euch jetzt etwas erzählen, was euch schockieren wird. Und zwar, ich, man glaubt es kaum, aber ich realisiere es, wenn man mit mir redet, ohne dass man mich anfassen muss. Und ich würde mir einfach jetzt wünschen, dass sich der ein oder andere Gedanken darüber macht und einfach mal darüber nachdenken, ob er genau so von einem Fremden so behandelt werden will und die Distanz in dem Fall nicht wahrt. Okay, und mit diesen Worten verabschiede ich mich doch bitte und wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss! 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 Vielen Dank.